Mmmh, heute gibt es leckere, gefüllte Brötchen. Ich habe sie jetzt mit Gouda gefüllt, die lassen sich aber natürlich auch variieren. Hallo, hier ist Emma, Emma Margians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich habe hier einmal Dinkelmehl hier in meiner Schüssel. Ihr wünscht euch ja viel Dinkelgebäck, deswegen mache ich das immer. Alternativ könnt ihr das selbstverständlich mit Weizenmehl ersetzen. Ein bisschen Salz füge ich noch hinzu und gebe dazu dann noch ein bisschen Butter. Die hat jetzt bei mir Zimmertemperatur, ist also schön weich. Hinzu füge ich jetzt noch die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Oben rechts unter dem i verrate ich euch, wie das Ganze funktioniert. Ist wirklich sehr lecker, bekömmlich und viel gesünder als das gekaufte aus dem Supermarkt. Noch ein bisschen Milch und dann knete ich das Ganze circa fünf bis acht Minuten in meiner Küchenmaschine. Das ganze Equipment, womit ich arbeite und was ich euch wirklich auch empfehlen kann, findet ihr auch unten in der Beschreibung. So, Weizenmehl übrigens könnt ihr zehn bis 15 Minuten kneten. Wenn das Ganze fertig ist, dann könnt ihr das sehen, die Teigstruktur ist richtig klasse geworden. Ich mache mir das jetzt nochmal hier zu einer Kugel und im Hintergrund seht ihr schon meine Glasform von Pyrex. Da packe ich das jetzt gerade rein, drücke es hier noch ein bisschen flach. Der sieht doch toll aus, oder? So, und dann mache ich den Deckel drauf, luftdicht verschließen, damit der Teig nicht austrocknet und lasse ihn bei Zimmertemperatur über Nacht einmal stehen. Es haben sich hier auch schon einige Bläschen entwickelt. Ich hätte ihn auch noch länger gehen lassen können, aber ich möchte euch ja zeigen, wie das ist, wenn ihr das selber fürs Weihnachtsfest vorbereitet. Und guckt mal, der sieht doch schon echt toll aus. Also ihr könnt zum Beispiel am 23. Abends den Teig machen. Am 24. Morgens bereitet ihr das Ganze vor. Macht vielleicht eine Folie drüber und packt das Ganze so zur Seite, dass wenn es dann später Essen gibt, ihr es nur noch kurz in den Backofen schieben müsst. So, ich knete mir das jetzt hier nochmal ordentlich zurecht. Vorne im Hintergrund seht ihr einmal selbst geriebenen Parmesan. Das sind so circa 50 Gramm maximal. Und dann hinten auch nochmal so ein ganzes Stück Gouda, was ich so in Würfel geschnitten habe. Ihr braucht ungefähr so 150 bis 200 Gramm. So, halbiert habe ich jetzt schon mal den Teig. Ich habe auch wirklich diese einfache Menge genommen. Nicht immer schafft es die doppelte Menge hier bei uns. Es soll ja aber auch nicht eingefroren werden, sondern wirklich direkt zum Verzehr gemacht werden. Und der Teig ist wirklich so toll zu verarbeiten. Ihr braucht weder Öl noch Mehl auf eurer Arbeitsfläche. Klappt wirklich ganz wunderbar. Auch einen Teigroller bzw. so Nudelholz braucht ihr in dem Fall nicht. Das zeige ich euch aber gleich nochmal eben. So, ich forme das jetzt hier nochmal. Ich mache jetzt hier einmal vier größere Kugeln. Und die zerteile ich auch nochmal in vier Stücke, sodass ihr ja summa summarum 16 Stück habt. Ihr könnt die auch größer oder kleiner machen, ganz wie ihr möchtet. Und statt Käse könntet ihr sie jetzt auch zum Beispiel mit Hackfleisch füllen oder vielleicht mit Kräutern oder schönem Gemüse. Das bleibt euch überlassen. Ich zeige euch jetzt nur, wie ich das mache. So, und das stimmt gar nicht. Ich teile die gar nicht durch vier, sondern durch acht. Ich mache sie nämlich viel kleiner. Also keine 16, sondern 32 Stück. Entschuldigung. Ich bin halt auch aufgeregt. Es geht bald wirklich auf das Weihnachtsfest hinzu. Nur noch zwei Wochen und ich finde die Zeit geht so schnell vorbei. Beziehungsweise zwei Wochen sind es ja schon gar nicht mehr. Anderthalb Wochen, dann ist es soweit. Habt ihr schon alles fertig mit Geschenken? Wisst ihr schon, was es zu Weihnachten gibt? Oder schwirrt ihr da noch so ein bisschen rum und seid noch ein bisschen unschlüssig? Wie sieht das bei euch aus? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich möchte gerne wissen, ob es bei euch auch so ein bisschen chaotisch zugeht wie bei uns. Oder seid ihr da wirklich richtig im Plan? Ihr wisst schon genau, was es gibt und seid da gut durchorganisiert. So, ich habe hier jetzt meine Stückchen zu Kugeln geformt. Und drücke die jetzt einfach mit der Hand so ein bisschen platt. Selbstverständlich könnt ihr auch so ein kleines Nudelholz verwenden. Aber ihr seht, es geht ganz einfach. Dann nehme ich mir ein Stück Käse und das füge ich jetzt hier rein. Ihr könnt auch zum Beispiel kleine Mozzarella Bällchen nehmen. Das funktioniert selbstverständlich auch. Wichtig ist, und das müsst ihr bei jeder Füllung machen, guckt, dass ihr das ordentlich verschließt. Denn sonst läuft euch die Füllung wirklich raus. Ich knipse das hier auch noch mal zu. Und dann kann das schon auf ein Backpapier. Ach, das sieht doch toll aus. Und das ist so schön einfach und variabel. Theoretisch könnt ihr es auch süß befüllen. Wenn ihr zum Beispiel noch einen Nachtisch braucht, dann befüllt ihr es statt mit Käse vielleicht mit kleinen Schokostückchen oder ein bisschen Vanille oder Schokopudding. Ganz wie ihr das möchtet. Also es lässt sich sehr variieren. Ich habe mich natürlich jetzt für die deftige Variante entschieden. Aber ich will euch einfach nur Möglichkeiten aufzeigen, wie toll und einfach ihr mit der selbst hergestellten Hefe backen könnt. Und ich habe letztens schon mal einen Kommentar gelesen, dass es ja viel günstiger ist für 8 Cent die Hefe im Supermarkt zu kaufen. Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich günstig. Aber die selbst hergestellte Hefe ist gesünder, bekömmlicher und viel besser für euren Körper. Denn die selbst hergestellte Hefe wird nicht mit Phosphaten oder mit irgendwelchen Chemikalien aufbereitet, so wie die gekaufte Hefe. Sondern sie wird tatsächlich sehr natürlich hergestellt, wie jetzt auch der Sauerteig. Das wissen immer mehr zu schätzen und das freut mich wirklich sehr, weil ich schon seit vielen Jahren damit backe. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Informationen benötigt, schreibt es mir gerne auch nochmal in die Kommentare oder werdet natürlich Mitglied. So, ich habe jetzt meinen Tannenbaum geformt, habe ich hier ein Ei und ein bisschen Milch, was ich verquirle. Alternativ könnt ihr auch noch ein leeres Marmeladenglas nehmen, das darin schütteln klappt auch sehr gut. Und damit bestreiche ich das Ganze. Weil man aber auch so viel backt, habt ihr vielleicht noch so eine Milch, Eier, Masse vielleicht noch übrig. Dann nehmt ihr das einfach dafür, denn das Ganze braucht man eigentlich nicht. Es bleibt immer etwas übrig. Ich nutze das dann meistens, dass ich Pfannkuchen mache oder vielleicht Spiegel- und Rührei. Und dann verwerte ich das immer da nochmal drin, damit ich das ja nicht wegschmeißen muss. So, ich bespreche das jetzt hier und darüber gebe ich gleich noch ein bisschen Parmesan. Den habe ich selber gerieben. Das finde ich immer schöner als das fertig geriebene. Ihr könnt selbstverständlich jede anderen Sorten Käse da nochmal drüber geben oder auch vielleicht hier nochmal ein bisschen getrocknetes Gemüse, wie jetzt zum Beispiel Tomaten, Paprika oder irgendwie was. Ich finde, das kann man ganz toll variieren und das ist ja immer das Schöne an solchen Sachen. Ich möchte euch etwas zeigen und an die Hand geben, wo ihr noch was anderes draus zaubern könnt. Und wie immer freue ich mich immer zu hören, was ihr daraus gemacht habt. Habt ihr es genauso getan? Wie hat es euch geschmeckt? Wie ist es euch gelungen? Da freue ich mich immer riesig auf eure Rückmeldung. So, meins ist jetzt so langsam fertig. Ich gebe das direkt in den vorgeheizten Backofen, immer bei Ober- und Unterhitze. Ihr könnt es noch ein bisschen besprühen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, ich schreibe euch alles nochmal unten unter das Video, was ihr dazu wissen müsst. Und ja, wenn es goldgelb ist, dann könnt ihr es rausnehmen. Bei mir ist die Mitte noch ein bisschen heller als die Ränder, aber ich wollte es nicht verbrennen. Ihr könnt jetzt nochmal geschmolzene Butter drüber geben, dann habt ihr richtig schöne weiche Brötchen. Oder ihr lasst es, so wie ich jetzt gerade, einfach so, dann habt ihr das schön knusprig. Und wenn ihr dann irgendeinen Braten habt oder vielleicht eine schöne Ente, dann könnt ihr das schön in die Suppe stippen. So, ich zeige euch die jetzt nochmal. Ich freue mich schon auf euer Nachbacken. Lasst es mich mal wissen, wie es euch geschmeckt hat. Und ich sende euch ganz liebe und herzliche Grüße und ein kleiner Tipp hier noch von mir. Ihr seht jetzt auf dem Bildschirm noch ein paar Videos. Klickt die mal an, da sind auch nochmal ganz tolle Rezepte für euch. Klickt die mal an, da sind auch noch ganz tolle Rezepte für euch. Klickt die mal an, da sind auch noch ganz tolle Rezepte für euch. Klickt die Morgen.